Wenn mein Tesla irgendwas hasst, dann ist es genau das hier. Und es war mal wieder eine Vollbremsung. Zum Glück habe ich ihn übersteuert und habe Strom gegeben und bin über die Situation weg, weil ich mich halt auskenne. Wenn ihr einen Tesla habt, einen neuen Tesla, seid vorsichtig, wenn genau das hier passiert, es ist, der Tesla hasst das. Achtung! Guckt euch genau das mal an. Es ist unfassbar. Er hasst es. Er hasst es. Er hasst es. Weh die Pest. Der Jörg hier aus Darmstadt. Vorsichtig, wenn sich Menschen dem Fahrzeug nähern. Er hasst es. Er hasst es. Das soll es gewesen sein. Der Jörg hier aus Darmstadt. Tschau. Tschau.